Oh Gott, da oben. Der war nice. Oh. Oh, den hab ich noch. Das war knapp. Nur 360s. Ey, das kann ich halt echt nicht, ne? Also das war nie meine Welt. Quickscopes, gerne. Oh Gott. Was? Der war für mich drauf. Der war für mich drauf. War der für euch nicht drauf? Der zweite. Der erste war nicht gut. Nee, aber der zweite. Full Disrespect ist da. Ich seh nix mehr. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich muss weg. Bruder, ich muss weg. Ich muss los, hab ich gesagt. Das waren schon mal drei nice. Die waren schön. Aufklärungsdrohne online. Also wenn das so weiter geht, dann schaff ich ja doch ein paar. Ja, und dann kommt sowas wieder, Alter. Oh, komm. Oh Gott, da unten ist einer. Ich weiß nicht, ob ich den so einfach krieg. Oh Gott, da hinten. Oh Gott, da hinten. Wo ist der? Wo ist der? Oh Gott. Alter, ich weiß nicht, wie ich, wie ich, wie ich springen soll, wenn die schon auf mich schießen, Mann. Ich brauch nur 360s. Der war, der war easy, easy kill, wenn er nicht... Was? Was? Also der... Oh Gott. Oh Gott. Gott, wie soll ich das treffen? Wieso trifft das nicht? Was? Ach, bist du es, Blacky? Nee. Der schießt doch nicht auf den... Der war ja schlechter als ich, Mann. Was war mit dem los? Nein, ich glaube, das war ein Zuschauer. Nicht böse gemeint, Mann. Nummer 1. War echt nicht leicht, die Challenge, Alter. Ich spiel normal immer mit der Intervention. Ja, was soll ich da machen? Fuck. Ich weiß nicht, warum ich es nicht Intervention spiele, ehrlich gesagt. Ah, nein, 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 nein. Ich darf nicht normal schießen. Wo war der? Oh, das ist echt schwierig, ey. Ich weiß nicht, wie ich die Challenge... Also erster werden... Ist schon Katastrophe. Nein, ich darf nicht. Ach, komm, Mann. Lass mich doch einmal wenigstens drehen. Wenn du schon Sniper hast. Mein Ziel ist, nur mit 360-Kills zu machen. Ah, komm, Mann. Ich wusste nicht, dass der direkt hinter der Wand ist. Du kleiner Pimmelberger, Alter. Ist der tot? Ist hier einer? Oh Gott, da oben. Der war nice. Der war nice. Ja, komm, und dann kommt wieder so ein Typ da, weißt du. Aber der war nice. Uh. 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 Chillt mal. Damit hast du offiziell die Challenge gemeistert. Jawohl. Beste Leben. Beste Leben. Aha. Oh Gott, der ist schon tot. Oh Gott. Versteh ich nicht. Boah, versteh ich nicht. Dass so viele Schüsse nicht draufgehen, Alter. Boah. Krasse Challenge. Hahaha.